Heyo Leute und willkommen zurück zur mittlerweile dritten Folge von Admins bei der Arbeit. Und zwar ist es dieses Mal wieder eine Gommesagt-Folge, die gefailt ist. F-f-f-fail, ja. Und, ähm, äh, ja, ich bin nochmal für alle Leute, die es vielleicht nicht wissen, äh, der FWX-IP, Hallöchen, guten Tag. Und, ähm, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und jetzt würde ich mal sagen, Intro ab! Diaschwert, uhu! Ja, genau. Ey, cheater, du musst auf meinen Block. Ey, was ist die, was ist die ID von der Diaschwert? Das ist meiner, such dir eigenen. Was ist die ID von der Diaschwert? Ich war neben Timmy, ich hab den nämlich eben geschlagen. Das ist meiner, den hab ich mir gesetzt, geh weg. Den hab ich mir hergesetzt, ich hab als einziger Gras gesetzt. Ey, ich hab, äh, was hab ich für welche? Komm, der kommt! Oh Mann! Mit was ne? Weg, 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 weg! Weg mit den Diaschwertern. Schnell weg damit, alle weg, alle weg, alle in zweiten Platz und ersten Platz Grasblock nehmen, wie er gesagt hat. So Leute, bitte, aufhören. Als habt ihr hier irgendwie OP-Rechte drauf, aber warum kann er sich das cheaten? Ja, weil wir uns nach und sonst cheaten keine können. Es gab da noch kein OP-Gomme. Damals konntest du noch alles. Warte kurz, Minecraft-Bug, Minecraft-Bug. Das geht nicht mehr außer Optionen. Äh, cheater, ne, ich geb dir drei Sekunden mal, wer? Drei, zwei, zwei... Ich muss Minecraft drauf machen, warte kurz. Ja, hopp, hopp, drei, zwei... Ey, dein PC ist nicht viel schneller, also ruhig, ruhig, ruhig. Warum? Ich bin noch... Bei mir ist noch überhaupt nichts abgestürzt. Ey, was ist denn hier los? Ey, ich pack hier. Na ja, mührt du mich bitte, wieder nicht mehr die Talk-Bauer weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sexy, Mann, Leute. So, okay, wunderbar. Alter Schwede in der Alpha. Und zwar in drei... Zwei... Eins... Hey, ho, Minecraft-Freunde. Willkommen hier zur zehnten Folge von... Ach, verdammt. Falscher Anfang. Nochmal. Drei, zwei, eins... Hey, ho, Minecraft-Freunde. Oh, yeah. Oh, ein Schatten-Bug in Minecraft. Hier oben steht Minecraft-Alpha-Version 1.2.6. Ach, verdammt. Ich hab schon wieder einen Fehler gemacht. Nein. Dann nochmal. Drei, zwei... Ich bin so ein Depp. Eins... Hey, ho, Minecraft-Freunde. Willkommen... Ach, verdammt. Ich würd immer sagen zur zehnten Folge. Okay. Dann starte ich ganz schnell neu. Warte kurz. Es hat sich schon wieder aufgehangen. Irgendwie bugt die Alpha. Sehr. Und jetzt müssen wir natürlich wie auf Cheetah warten. Nee, es geht ganz schnell. So schnell ist mein PC noch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. F1 geht nicht mal dauerhaft. Ach, ist doch... Cheetah, komm rein hier. Ja, Sir. Go, go, go. Ich bin gleich hier, Sir. Ganz kurz noch, Sir. Mach hin. Drei, zwei, eins... Hey, ho, Minecraft-Freunde. Willkommen zu einem weiteren Projekt mit dem Milchmann. Mit Milch-Bubi. Hey, ho, Minecraft-Freunde. Willkommen in der Minecraft-Version Alpha 1.2.6. Und zwar... Milch-Bubi, schau dir gerade ganz gequält. Ja, ich gucke gerade, warum ich so den Übergang schaffen will. Und zwar geht es gar nicht darum, die Alpha zuletzt playen, sondern Gommensack zu machen. Mensch, du bist ja richtig der Blitzmagger. Jetzt habe ich wirklich verstanden. Und da vorne stehen schon die Kandidaten mit Milch-Bubi. Milch-Bubi, möchtest du das mal hier erklären heute vielleicht? Ja, wie Gommensack funktioniert. Also Gommensack ist mein absoluter Lieblings-LP-Typ von dir. Und zwar geht es darum, dass wenn Gommensack verschiedene Anweisungen geben. Und wenn er sagt, Gommensack, dann müssen alle Teilnehmer das machen. Und wenn er es aber nicht sagt und sie es trotzdem machen, dann werden die gekillt. Ganz genau. Du hast es mal hier perfekt erklärt. Möchte ich mal meinen. Darf ich aus? Aber wenn nicht Gommensack, ja, jetzt ist das doch gegen die Regeln. Du bist hier hinter dem Mikrofon. Hier darf man ab hier, wo ich gerade bin, hier darf man Gommensack sagen. Okay. Gommensack, nach oben schauen. Ich kann ja Milch-Bubi hier gerade ins Gesicht schauen, ne? Und der befehlt hier irgendwas mit Gommensack und schaut mich dann an. Wer soll auf die Spieler schauen? Ja, du bist Gommel, du bist Gommel, du musst schauen. Oh Mann, ey. Gommensack. Ja, warte, was du sagst, Gommel? Spring! Ja, sorry, dass ich es durcheinander bringe. Du bist, du brauchst den nächsten Befehl, Gommel. Genau. Skelett, stopp! Gommensack, stopp! Gommensack, stopp! Gommensack, stopp! Okay, Black ist gleich... Oh, Black, ich bekomme dich. Ich habe Gommensack, stopp gesagt. Ach, komm. Wohl, wir hatten wir mal. Ey, der will mich auch noch töten hier. Du Sack. Ich bekomme dich. Und Babyman, du... Auch, Mann. Gommensack und Black Ultra auch. Oh, was ging denn da ab, Alter? Boah, ich habe hier, glaube ich, noch eine andere Mission heute. Nicht nur Spieler töten, nein, auch Skelette töten. Meine Güte. Ich brauche mal richtige Aufgaben mit Google. Sag doch, du musst mal hier welche vorschlagen. Gommensack, lauft in meine Richtung. Lauft in meine Richtung. Ja, ja, krass. Nein, Mann, du kannst doch nicht wegen einem Millimeter, der sich hier am Block etwas rumbewegt hat, ihn verurteilen wollen. Nee, möchte ich gar nicht, aber ich möchte, dass du hier unten killst. Boah, du Killer. 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 Killer, Killer. Du Killer. Also, sprint! Okay, andere Maßnahme. Man kann zwar nicht sprinten, aber man kann einen Jump'n'Run bauen. Gommensack, der Nächste dann immer nach der Reihe hier schaffen. Schulze ist damit raus. Schulze hat es nicht geschafft. Schade. Okay, Gommensack, der Nächste immer weiter, immer weiter. Gommensack, Pat, auch raus. Da hast du deine Killerei. Wo ist euer Problem? Ich verstehe es nicht. Könnt ihr nicht springen oder was? Ihr seid alle raus. Das ist so ein einfaches Jump'n'Run. Guckt ihr hier die ganzen Fail an? Ja, die Sache ist die, ich kann hier gerade niemanden mehr sehen. Keine zweite Folge. Weil mich da irgendwie so ein Noob, der das eben nicht geschafft hat und mich gekillt hat. Okay, ich brauche mal ein Schwert. Komm, man sagt Schulze, gib mir ein Schwert. Bin ich, wo begastet? Ich bin so witzig, dass es hier so ein bisschen aus den Fugen gerät. Ja, hier läuft alles aus den Fugen, ehrlich. Gommensack, wir sind noch nicht fertig. Gommensack, Bladdy, schafft das Jump'n'Run. Gommensack, Nico, schafft das Jump'n'Run. Pat sagt, bau ein Haus. Komm schon, Gommensack, schafft das Jump'n'Run in drei, zwei, eins. Ja! Damit haben wir auf jeden Fall schon mal zwei. Es ist machbar. Bladdy war zweimal? Nein, Bladdy steht hier noch zweimal. Es ist ein Bug. Einmal steht er hier und einmal steht er da. Gommensack, Snogs, komm mal hier bitte her. Und schafft das Jump'n'Run. So, mal schauen, ob er es schafft. Und er hat es nicht geschafft. Schade. Kann man hier schon Block hitten? Nein, man kann noch nicht Block hitten, Leute. Gommensack, Schauter, schafft mal bitte das Jump'n'Run. Bladdy war zweimal, ehrlich. Ach, verdammt. Dann kann Bladdy natürlich nicht nochmal mitmachen. Dann ist er natürlich nicht im Finale. Gommensack, Schauter, schafft das Jump'n'Run. Oh. Sieht gar nicht so schwer aus. Ich habe es doch auch bei jedem Versuch geschafft. Ich weiß gar nicht, wo euer Problem hier liegt. Okay. Nico, Nico ist der Einzige, der hier weiter ist. Echt? Kann das denn sein? Hier fehlen noch welche. Gommensack, Alex, schafft das Jump'n'Run. Oh man, das wird glaube ich, das ist glaube ich eine Gobblesa, äh, der Adminz für die Arbeit, äh, Adminz bei der Arbeit Folge. Ich weiß nicht, Freaks, nimmst du auf? Alter, Alter. Ja gut, nehmen wir doch mal eine neue Runde auf, oder? Du wurdest getrolt. Nehmen wir doch mal eine neue Runde auf, oder? Von meinem Kopf einfach. Nehmen wir doch mal eine neue Runde auf, oder? Gerne. So, das war es auch schon wieder mit der dritten Folge von Adminz bei der Arbeit. Ja, jetzt kann ich nur noch sagen, ähm, die letzte, äh, Folge ist nochmal als Videoantwort markiert. Äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, ist der Daumen nach oben Button nicht ganz weit, sondern unten unter dem Video hustet, und, ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, vielleicht bald wieder, vielleicht auch nur nicht bald wieder, keine Ahnung, whatever, und, äh, ja, Dankeschön, wirst du schon, und bis zum nächsten Mal, äh, ja, was gibt's sonst was zu sagen? Nichts, schönen Tag noch, genießt die Sonne, bei mir scheint grad schön stylisch die Sonne, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, und Dankeschön, wirst du schon, und ciao!